Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem zweiten Versuch des Let's Play Tiff Hellers. Diesmal mit GORGO. Das letzte Mal haben wir unseren ersten Siedler gebaut. Wir haben das schon besiegt. Finde ich gut. Wir sind recht weit. Und wir sehen vor allem, dass da nichts ist. Ah, das ist sogar ein Hügel da. Bin mir gar nicht sicher, ob ich einen Hügel bauen will. Was soll's, wir wollen zu dem Wunder hier bauen. Zu dem Naturwunder. Gut, du willst dich erholen. Passt. Hey, und noch ein Dorf, wo es gezählt ist. Boah. Nicht gut. Der ist zwar schwach, aber... ...einen Siedler kann er trotzdem besiegen. Die Siedler wird jetzt mal warten. Ein bisschen leer zurückgehen, um auf den Schleuderer zu warten. ... 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 Er benetzte jemals Ton und ließ ihn dann liegen, als ob Ziegel durch Zufall oder Schicksal entstehen würden. Das hat nicht ganz unrecht, der Herr Plutarch. Ja, Plutarch. So, schauen wir mal, wo wir dich nicht irgendwie entkesseln können. Ich muss noch mal als nächstes Bogenschießen. Das klingt gut. Das klingt gut. Können wir diese Schneider haben? Verbesser. Das klingt gut. Das klingt gut. Das klingt gut. Okay. Ah, es ist nur eine. Wir werden hier auf den Angriffen stehen. Au, au. Mein Oberhaupt, wir haben einen Gesandten zur Verfügung. Wir können den Gesandten benutzen, um die... Ich sage gern, dass ich Militantenmystizismus betreibe. Ich bin mir mancher Dinge absolut sicher, über die ich nichts Genaues weiß. Der Spruch ist ziemlich nett. So. Wollen wir da was ändern? Wir könnten das Plus 2 durch alle Handelswege reintun, weil wir werden jetzt gleich einen Handelsweg haben. Wir könnten das Plus 2 für den großen Propheten nehmen, aber um ehrlich zu sein, ich will noch keinen großen Propheten haben. Der steht dann wieder rum, so wie aus dem letzten Spiel bekannt. Ja, das wird es so, wie es ist. Wir sind im Handelsweg noch mehr erst, wenn es soweit ist. So, du gehst da her. Du gehst wieder alleine rum. Du gehst da her, weil da brauchen wir eine Stadt her. Und du beginnst, diese Gegend hier anzuschauen. Ah, da ist der Händler, verdammt. Wir können nach Kandy gehen. Aber wir könnten warten auf die nächste Runde um unsere eigene Stadt bauen. Naja, wo ist die eigentlich? Dieser Handelsweg wird unserer Zivilisation... Ja, ja, ja. Gut, 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 gut. So, bringt er den um mit dem einen Schuss? Wahrscheinlich hier nicht, gell. Wahrscheinlich hier nicht. Geht nur weg da. So, wir wollen möglichst schnell. Das ist ein Politischen Philosophie. Noch ein Martius hier. So, Stonehenge könnten wir bauen, wenn wir es hier her bauen, wollen wir Stonehenge bauen. Ja, wir wollen Stonehenge bauen, wir versuchen es mal, schauen wir mal, wo wir es kriegen. So, Kani bekommt einen zweiten Typen von uns und das heißt, wir werden in diesem Spiel mehr auf Religion machen, als im letzten Spiel. Ach, das war blöd, wir brauchen ja Dings, wir brauchen ja Handwerker, nein, gut, die können wir dann in der nächsten Stadt auch noch bauen, beziehungsweise kaufen wir uns die vielleicht sogar. So, du brauchst mir hier die Stadt her. Ach, diesmal haben wir Sparta als erste Stadt, nicht Athen, ha, das ist ja cool, das ist ja cool. Ähm, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen, Handwerker, hm. So, ich bin nicht der Handwerker. Du, ich helfe hier. Du hast hier. Du hast hier. Ja, lass mich trabalho. Du hast da an comes VSZN. Ah, da gibt es ja wirklich noch einen schönen Werfer. So. Na, elf auf dem, da soll ich wieder kommen, aber ach gut, da ist ja ein Streuderschützer. Gibt es denn das? Das ist bei der Anlage eindeutig unangenehm. Nein, der Internet hört hier auf. Hier auch. Super. Keine anderen Leute, ach weh. Find ich gut. 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 Dann haben wir es noch kurz erforschen. Gut. Das ist deine Chance. Mögen die Mächte des Bösen verwirrt sein, während dein Pfeil sich seinem Ziel nähert. Okay. Werden wir versuchen. Gut. Oh, wir haben noch ein Lager entdeckt. Finde ich gut. Wie liegt der denn? Ach, ich habe noch mal. Oh Gott. Na gut, dann muss ich den angreifen. Das mit dem Gewinnen von Kultur ist eigentlich ziemlich nett. Ich meine, wir haben jetzt gerade zwölf Kultur gekriegt. In der Zeit machen wir zwei Kultur in der Runde. Ich meine, später im Spiel ist das dann ja wurscht. Aber jetzt ist das natürlich eine schöne Sache. Das beschleunigt die Kulturproduktion schon extrem stark. Ich glaube mal, sieh den. Wobei, Speerkämpfen, also Hobliten, wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Da oben könnte man noch schauen, ob es stimmt. Du kannst doch auf, auf uns zu schützen. Das ist ja okay. Ist das nicht gut? Was? Ich hasse euch. So, ich muss noch ein, schütze. Ich muss noch ein paar Diaren sein. Ich bin noch nicht wie viel geändert. Deine Starne. Ich hätte dich ganz gerne da, aber dann können wir dich nochmal befürchten und schützen. Das mit dem gutem Schützen ist zum Beispiel schon nochmal eine gute Sache. So. 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 Was machen wir als nächstes? Große Farbe. So. 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 Und als nächstes bauen wir da auch eine heilige Stätte, was sagt sie? Noch einen Siedler. Genau, wir bauen die da her und da bauen wir dann das Kultur-Dings her. Und den Siedler bzw. Dings kaufen wir einfach. So, jetzt schauen wir mal rein und schauen, ob das noch immer Dings hat. Das ist noch immer bezaubernd. Ah, da ist der Klon. Und eine Kulturpunkts auch, woher kommt die Kultur vom Steinbruch? Ah, das ist ein Dings, dass er so... Vielleicht macht der Steinbruch das mit Marmor. Gute Frage. Ja, wir sind zu sehr oft, dass da fixiert auf diese Bezirke. Wir sollten mehr Siedler und Zersorge bauen. Hier braucht man einen Siedler. Ja... Schauen wir mal, wie wir so einen Siedler bekommen, wie wir uns den kaufen würden. Verdammt, 440. Ganz schön teuer. Ja... Na ja. So... Du gehst jetzt da hin, ne? Ja... So... Du gehst jetzt da hin, ne? Und zwar, was für ein Wald, wo ich noch fehlendet, wo wir noch was hinbauen wollen. War man für sich magisch beendet, ja. Wenn wir nachher da sowieso was hinbauen wollen. Zum Beispiel in dein Spezialbezirk. Ich gehe da jetzt nicht weiter. Schauen wir mal, was da noch geht. Äh... Du gehst mal in unseren Haken weg. Nicht, dass dem aufgeklauert wird. Wir müssen da bauen. Der kann eine Straße benutzen. Ist das cool. Ja... 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 So... Ich komme da her. Dann möchte ich das Ganze gut sehen. Jetzt tun wir da. Okay, das geht hier ziemlich weit offensichtlich. Gibt's eigentlich die Straße? So kann ich auch ohne die Straße gehen, so wie hier geht. Gibt's denn nur damit's Hübsches? Gibt's denn nur damit's Hübsches? Gibt's denn nur damit? Gibt's denn nur damit? Wie tut's das? Ja, schön wenn's da hinten irgendwann ein Dorf geben würde, oder so. So, brauchen wir da auch noch einen Steinbau. Ah, wichtiger wäre aber, dass da unten ein Rösener mit Pech... Ja, da kommt es bei ihm. Was haben wir gesagt? Wir wollen hier einen Wald feiern. Ich will das jetzt gleich machen. Oder ob wir... Hm. Ja, immer müssen wir es machen, sonst werden keine Zivilisation treffen. Machen wir das vielleicht... ...dann, nachdem Stonehenge fertig ist. Das heißt, wir machen jetzt noch... ...nix mit dem Handwerker. Wir warten, bis Stonehenge fertig ist. Dann haben wir noch drei Runden, bis wir... ...die Schrift haben. Das heißt, wir müssen noch irgendwas anderes da drinnen produzieren. Machen wir das so. Dann können wir da einen Campus herbauen. ... 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 Unentscheidig je noch nie gebaut. Das ist ein nettes. Zufriedene und engagierte Arbeitskräfte sind ebenso wichtig wie ein profitables Endergebnis. Okay. Zufriedene Arbeitskräfte ist nicht mehr gut. So, dann machen wir Produktion für Handwerker weiter positiv oder nicht. Uh, Produktion von Wunder, der Klassik und der Antike. Ein bisschen spät ist das. Einheitenunterhaltung, ein Gold pro Runde und Einheit reduziert. Wir können das nehmen, um Geld zu sparen. Dann können wir schneller den Dings, den Siedler, kaufen. Oh, da können wir uns schon kaufen, sehe ich gerade. So, sie plus 5 Kampfsterbe verzichten. Ja. Verzichten. So, die Tee. Die Tee hier. Dann machst du mal schieße, schieße. So, Sparta. Du machst mal Coffee, Coffee. So. So, frühes Reich. Schauen wir mal. Wann wachst denn du? In null Runden bis zum Wachstum. Ah. Nächste Runde. Das heißt, wir kriegen jetzt dann den Bonus. Gut, du bleibst stehen. Oh, das gefällt mir nicht. Können Sie sich vorstellen, dass Sie 600 Leute beschwatzen, Ihnen zu helfen, einen 50-Tonnen-Stein 18 Meilen über Land zu ziehen, ihn in die Senkrechte zu hieven und dann zu sagen, alles klar, Jungs, noch 20 von denen. Und dann machen wir ein Fass auf. Das ist nett, ja. Gut, was kann das eigentlich? Ich werde einen kostenlosen großen Propheten. Ah, und in dem Team können wir ihn gleich zu einer Religion machen. Große Propheten können auch der Stonehenge eine Religion gründen, statt bei einer heiligen Stätte. Muss neben Stein und auf Flachland gebaut werden. Finde ich gut. Die Menschen haben einen großen Propheten in unser Land gebracht. Propheten kümmern. Schickt die... Ja, ja. Finde ich gut. So, großer Prophet. Du bist da her. Da gibt's einen Ort, wo du was machen kannst. Wir haben Zarathustra. Ich find das super. Zer. Das heißt, es wird Zorratrismus werden natürlich wieder. So wie immer. So, du gehst mal da her. Du Typ, bleibst bei ihm. Äh, du machst mal nix. Du schießt da drauf. Das macht 10. Was macht meist nix ist. Ich würd ganz gern bauen. Oh, ein Lager könnten wir auch schon bauen. Nein. Lager will ich noch nicht bauen. Ich will das Wissensdienst ums bauen. Wir könnten einen Hopliten mal bauen. Und was mal haben. So, Zorratrismus haben wir gesagt. Machen wir. Terrorismus, Zorratrismus. Wie steht die? So, was nehmen wir da? Äh, Mönchskrieger? Nö. Also eine Annehmlichkeit in Städten mit zwei Spezialbezirken. Das geht schon besser. Schreine und Tempel bringen je plus eine Wohnraum. Hm. Dazu müssten Schreine und Tempel bauen. Alle Weltwunder bringen plus vier Glauben. Das ist auch nicht. Wir wollen viele Weltwunder bauen, oder? Und wir haben sogar schon eins. Das heißt, wir würden sofort davon profitieren. Schreine und Tempel bringen Nahrung. Reliquien bringen dreifach mehr Erträge für sowohl Glauben als auch Tourismus. Plus eine Prozent Produktion pro Bürger in der Stadt, der diese Religion kulturgleichen im Glauben zu ertragen. Für alles muss man Schreine und Tempel bauen. Ich will aber nicht allzu viel in Religion investieren, um ehrlich zu sein. Gebäude im Theaterplatz, Bezirk und Campus können mit Glauben gekauft werden. Und das nehmen wir. So. Was können wir da jetzt machen? Versammlungshäuser. Die Produktion. Das ist natürlich nicht schlecht. Leihendienst, Pilgerschaft. Plus zwei Glauben für die Stadt, mit dieser Region und Zivilisation, in anderen Zivilisationen und Stadtstarten. Wo sie haben Kulturpuff und Anhänger. Bei Zivfünfer haben diese Gebäude alles supi. Versammlungshaus ist schon nicht schlecht. Aber Plus zwei Wissenschaft, das eigentlich braucht nicht. Naja, mhm, ja. Wir machen es auch nicht schlecht. In England ist alles gut. Warte mal, wir sind so hartristen. Wir sollten einen Feuertempel machen. Aber die bringen nämlich nichts. Das ist fürchterlich. Das sind definitiv die schlechtesten von diesen Tempeln. Plus ein Glauben zusätzlich für jedes Zeitalter, seit der Errichtung oder jüngsten Reparatur. Also wieder einen Haufen Glauben produzieren. Was wir brauchen für die Jesuitenbildung. Ach ja, wir bleiben im Dings, in unserem, in unserem Zeug. Ich meine, die Jesuitenbildung ist jetzt nicht unbedingt das Coolste. Aber wir sind hier erst nicht gut. Find ich gut. Und vor allem da hinten, wo wir eh gerade an heilige Städte. Das passt dann schon mal aus. Na gut. Und diese Städteherrscher machen wir Schluss wieder für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schlaft gut und dort. Und was Schönes. Ich wünsche euch nicht alles. Vielen Dank.